Das ist Marc. Marc braucht für das Spiel heute Abend einen neuen Fernseher. Am schnellsten geht das per Bestellung im Online-Shop seines Händlers vor Ort. Aber gleich den vollen Preis bar bezahlen? Marc möchte das Gerät lieber finanzieren. Dank planbarer monatlicher Raten passt sogar noch ein neuer Blu-ray-Player ins Budget. Marc wählt einfach die Versandart Abholung im Markt. Und als Zahlungsart Finanzierung. Er füllt den kurzen Finanzierungsantrag der Kommerzfinanz aus und erhält sofort die Online-Kreditentscheidung. Voraussetzungen für eine Genehmigung sind unter anderem ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und ein regelmäßiges Mindesteinkommen von 650 Euro netto. Nach dem Online-Kauf geht Marc sofort in den Markt und schon kurz darauf ist Anpfiff. Kommerzfinanz – sofort Guthaben!